Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Und zwar muss ich nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich jetzt nicht jeden Tag Videos hochladen kann. Und auch nicht mehr um 2 Uhr und um 4 Uhr direkt. Nicht mehr so getimt, weil jetzt gerade die Schule wieder angefangen hat und ich jetzt in meinem letzten Jahr bin. Ich mache mein 13. jetzt Abitur. Nicht 13. das Abitur, also 13. Jahrgang. Mein Abitur jetzt. Und ich muss mich da noch ein bisschen mehr konzentrieren. Deshalb seid nicht traurig, wenn jetzt vielleicht ein Tag mal nichts kommt oder vielleicht auch mal zwei Tage nichts oder so. Aber es wird auf jeden Fall, werden noch Projekte kommen, nur halt nicht so stetig. Weil ich jetzt gerade echt ein bisschen viel zu tun habe. Wir fangen jetzt direkt wieder mit Klausuren an. Und ihr wisst ja eigentlich wie das ist mit Arbeiten auch und so. Deshalb tut es mir leid erstmal hierfür und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. Vielen Dank.